Assassin's Creed Codename Jade. Das ist das Open World China RPG. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnaty auf dem Kanal. Dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Ich würde mich freuen, euch hier mit einem Abo zu begrüßen. Ja, und auf der Ubisoft Forward, da hat Ubisoft jetzt zum ersten Mal gezeigt, sie arbeiten. Sie haben nicht gesagt, dass sie das zusammen mit Tencent machen, aber das ist höchstwahrscheinlich an einem Open World Assassin's Creed Mobile Game. Ich weiß nur, dass tatsächlich chinesische Publisher in letzter Zeit häufiger nicht kommuniziert werden. Also, I don't know warum, aber das ist mir nur aufgefallen. Vielleicht arbeiten sie zusammen daran. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Bislang ist es aber noch nicht beworben oder kommuniziert worden. Assassin's Creed Codename Jade. Was erwartet uns da? Warum könnte die Erwartungshaltung negativ sein? Warum könnten viele enttäuscht sein? Wie habe ich reagiert? Über all das möchte ich sprechen mit euch. Also, erst einmal. Ich habe das ja vorab gesehen. Und es heißt, es gab auch keinen Chat. Es gab nicht, dass ich irgendwie abschätzen konnte, wie ist das Feedback der Mehrheit. Wie finden die meisten Leute das? Also konnte ich mich wirklich nur darauf beziehen und auch jetzt immer noch, wie finde ich das? Und ich persönlich muss sagen, ich freue mich drauf. Ich habe aber auch gerne Diablo Immortal gezockt. Ich spiele gerne Mobile Games. Ich daddle das entspannt mal irgendwie, was weiß ich wo, im Bett, unterwegs, ja, auf dem Pott, klar. So wird es gemacht. Meiner Meinung nach eine ziemlich coole Sache. Grundsätzlich etwas, was ich feiere. Vor allem dann, wenn es nicht auf Kosten eines AAA Assassin's Creed kommt. Und das ist durchaus gegeben. Ja, wir uns wurde ja eine Reihe von AAA Titeln in Aussicht gestellt. Nämlich drei Stück. Mirage, Red in Japan und Hexe vermutlich in Mitteleuropa. Und da ist ja klar, okay, das ist nicht ein Ersatz für ein Assassin's Creed, sondern es ist ein Zusatz. Nicht mal eine Alternative. Es ist einfach nur ein Zusatz. Und von diesem Punkt aus betrachtet, finde ich, ey, cool. Ich kann es spielen, wenn ich Bock auf ein Mobile AC habe. Ich kann es aber auch sein lassen, weil ganz normal die AAA Projekte weiterlaufen. Finde ich gut, weil da wird keiner auf der Strecke gelassen. Es werden eher neue Leute hinzugeholt. Und das ist natürlich auch die Herangehensweise von Ubisoft über Netflix, über die Netflix App, über China, über den chinesischen Markt, über AC Yade. Wollen sie natürlich richtig viel neue Leute, richtig viel neue Fans generieren. Vor allem der asiatische Markt ist halt sehr interessant für viele Publisher, wo die Mobile Games eben am besten gehen. Und Assassin's Creed Codename Yade ist also der erste Versuch von Ubisoft, diesen Markt wahrscheinlich so richtig zu erobern. Und dann mit einem chinesischen Publisher im Nacken, mit einem Entwickler im Nacken, da dann eben als Joint Venture reinzugehen. Und das ist durchaus verständlich und wirtschaftlich logisch. Das heißt nicht, dass man es gut finden muss. Ich persönlich freue mich aber auf jeden Fall auf ein Mobile AC Open World Manier. Das Spiel wird ein bisschen anders. Also man konnte noch nicht allzu viel sehen, aber man konnte sehen, auf jeden Fall wird es Schleichen geben, Parcours und Kampf Gameplay. Das sind wohl die drei Säulen, auf denen das Game fußt. Es wird dann vermutlich ein Singleplayer sein. Und es gibt auch Adler. Was ich richtig krass finde, ist, dass du einen eigenen Charakter erstellen kannst. Und das passt gar nicht in die Lore von Assassin's Creed. Also wirklich gar nicht. Du gehst in den Animus und erlebst Erinnerungen eines Charakters wieder. Jetzt herzugehen und zu sagen, okay, die DNA ist so weit zerstört, dass A, nicht das Geschlecht festgestellt werden konnte. B, keinerlei Aussehenshinweise festgestellt werden konnten. Und C, wahrscheinlich stimmen nix. Finde ich ein bisschen krass. Für ein Assassin's Creed ist das echt weit hergeholt. Vielleicht einfach, weil Tencent gesagt hat, so, das ist jetzt nur eine Vermutung. Das ist ja gar nicht bestätigt, ob das mit Tencent ist, zumindest soweit ich weiß. Vielleicht haben sie gesagt, nee, das kommt besser an, wenn man einen Charakter selbst erstellen kann. Und grundsätzlich ist es auch etwas, was ich sehr begrüße. In Assassin's Creed hatte ich immer das Gefühl, passt es einfach loremäßig nicht gut rein. Und das erste Mal, dass es Geschlechterwahl gab, gab es ja auch einen großen Aufschleih. Klar, es ist auch Veränderung. Veränderung gefällt uns nicht, gefällt mir nicht. Da muss ich sagen, da kommt dann so ein bisschen das Heimeliche durch. Man möchte, dass alles bleibt, wie es ist. Ja, so hat es auch schon damals Andreas bei Frau und daus sich gewünscht. Und so habe ich es mir auch schon bei AC gewünscht. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Und ich glaube, dass das wirklich im antiken China sehr, sehr spannend sein kann. Die chinesische Mauer erklimmen und da drauf irgendwelche Stealth-Missionen von Burgzinnen zu Burgzinnen klettern und springen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Und vielleicht so ein paar kleine RPG-Elemente. Wurde aber nicht angekündigt, auch nicht geteased. Generell ist das Wort RPG gar nicht gefallen. In der Präsentation habe ich das Gefühl. Also weder für Assassin's Creed Red, noch für Mirage, noch für Hexe. Also da bin ich sehr gespannt, ob das überhaupt noch RPGs werden oder ob sie wieder weg davon sind. Weil eigentlich kam das ja sehr gut an. Bloß es war extrem gut monetarisierbar. Muss man auch sehen. Assassin's Creed Valhalla, finanzstärkstes Assassin's Creed aller Zeiten. Das sind so meine Gedanken zu Assassin's Creed Codename Jade. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf eure Gedanken, was ihr so dazu sammelt. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich mache jetzt wieder den Assassin's Creed Marathon auf Twitch. Dafür gerne mal auf twitch.tv. Und wir spielen dort von Assassin's Creed 1 bis 1 schließlich. Assassin's Creed Valhalla alle Assassin's Creed Teile durch. Bis zum Launch. Dann von Assassin's Creed Mirage. Wenn Mirage rauskommt, dann wollen wir quasi nahtlos übergehen in Mirage. Das ist so mein Ziel. Mal gucken, ob das möglich ist. Je häufiger man den Marathon macht, umso länger wird er. Und umso schwieriger wird das dann auch wirklich Daten einzuhalten. Ich weiß nicht, ob wir dann zwölf Stunden Schichten machen müssen. Vielleicht machen wir auch ein kleines Event draus. Boah, das wäre geil. Dass man wirklich so ein kleines Streaming-Event macht mit anderen Streamern, Streamerinnen zusammen. Hätte ich auch mega Bock drauf, dass man wirklich ausgedehnte Streams macht. Ich vielleicht abwechselnd mit dem Zocken. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Einen habe ich da auch schon im Kopf. Deshalb, falls du das siehst, würde ich auf jeden Fall angesprochen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr so dazu denkt zu Coden in Yade. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, würde ich mal sagen, wenn es heißt Rambazamba in irgendeinem mega legendären Spiel. Es ist ja wirklich echt krass, was Ubisoft da in letzter Zeit rausgehauen hat. Was Ubisoft an Quantität jetzt auf der Ubisoft Forward gezeigt hat, was Assassin's Creed angeht. Was andere Games angeht, wie Skull & Bones, habe ich persönlich das auch noch gar nicht gesehen. Also, I don't know, ob da jetzt in den nächsten Tagen auch Videos zukommen oder doch nicht oder wie. Weil ich kann mir vorstellen, dass, ja, jetzt erstmal Assassin's Creed Content aufarbeiten echt lange dauern könnte. Es gibt so viel, über das man sprechen könnte. Nicht nur über die Ankündigungen, sondern auch über mögliche Settings, mögliche Storys, wie was verbunden sein kann. Es gibt so viele Möglichkeiten und das ist echt irgendwie wunderbar. Und ich liebe das. Also, ich merke das Feuer in mir wieder, mit euch rumzunörden über Assassin's Creed und sich zu überlegen, was wäre, wenn und wie kann was zusammenhängen und was könnte passieren. Irgendwie macht das Spaß. Also, ich habe eine enorme Vorfreude. Jedes Mal nach Ankündigungen. Und das ist ein Gefühl, was ich mir bewahren möchte, was ich euch hoffentlich auch ein bisschen transportieren und auch bewahren kann. Ich finde es einfach mega. Und, ja, in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Sag, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video zu irgendeinem Assassin's Creed Titel. Es gibt ja jetzt genug Ankündigungen. Bis später. Euer Peter. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und, ja, macht's gut. Ciao. Liebe Leute, mein Name ist Fragknaft und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragknaft. Bis später. Euer Peter. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Wollen natürlich gerne die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.